Yo Leute und herzlich willkommen zu der Fortsetzung von Majora's Mask. Die letzten Parts, beziehungsweise die ersten drei, muss ich zugeben, waren ein bisschen blöd, weil, ähm, ja, das ein bisschen asynchron klang. Oh, hi, Kaffei. Mit dem will ich nicht reden, eigentlich mit Kaffei, aber mit dem lässt sich nicht reden. Dann müssen wir das später machen, ich werde euch auch zeigen, wie. So, als erstes laufen wir heute in die Sünfe, wir haben ja letztes Mal die Zeit ein bisschen verlangsamt, das heißt, wir haben eigentlich relativ viel Zeit sogar und müssen das da hinten erledigen. Ich glaub, die hab ich gar nicht im Buch. Juhu, ganz, ganz seltsame Dinge gehen in dieser Stadt vor. Wenn ich darüber nachdenke, bekomm ich noch Falten. Du lieber, du, hast du denn von den bösen, bösen Gerüchten über die Sünfe im Süden und die Entführung gehört? Oh, bei meinem Nagellack, die Entführung. Ja, ha, sie haben die Kleine entführt. Hoffentlich hat sie sich keine Nagel abgebrochen. Das wäre schrecklich. Oh, ho, 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 ho. Ja, da haben wir zwei Faggots. Ich guck kurz, ob ich die mit normalen Link, äh, vielleicht ins Bombertagebuch reinbekommen. Äh, äh. Ne, da komm ich nicht. Na dann. Hi, ich hab ein Schwert. Lass mich durch. Lass mich durch. Ja, ein Schwert. Genau das hab ich. Na, komm schon. Ich hoffe, ich laufe den richtigen Weg. Ne, ich laufe falsch. Ich muss, ach, im Süden der Stadt. Ja, genau. Da, wir sehen schon diesen Giftberg. Rückwärts. Was machst du, Link? So, und jetzt rückwärts. Ja, danke. Bist du noch nie dieses Loch da in der Wand aufgefallen? Hm. Vielleicht erinnere ich mich später wieder dran. Zur Not ist Google ja mein Freund. Aber welche wollte ich gar nicht. Ich fahre jetzt für diesen Dingsbums da, damit die Sequenz anfängt. Genau. Das ist eine wunderschöne Zeichnung. Freut mich natürlich. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tail und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Eigentlich eine recht traurige Geschichte, wenn man jetzt mal so das Horror-Kit an sich wieder bedenkt, dass es total fies ist und so. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es selbst in der Vergangenheit Schlimmes erlebt hat und sich jetzt einfach rächen will. Wer weiß, wer weiß. Also die beiden suchen jetzt erstmal Unterschlupf, weil es natürlich regnet und ihre Flügel nass werden. Das wollen die natürlich nicht. Deswegen gehen die jetzt erstmal unter diesen Baumstamm. Ach ja. Dieser Schnabel von denen ist so geil. Der Arme friert da total. Oh, sehr lieb. Au, mein Hals tut weh. Ich bin gerade erst aufgestanden, weil ich heute Schuh frei habe. Deswegen ist das jetzt ein bisschen so. Und wieder dieses epische Lied. Oh, jetzt ist es einfach weg. Genau, wenn ich singen will. Die machen das nur mit Absicht. Das hat mich auch nicht gewundert. Er wusste immer mit allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde? Dazu werde ich euch gleich eine kleine Geschichte erzählen. Bitte achtet darauf, wie ihr den Maskenhändler gerade gesehen habt, dass er gerade am Boden lag und man sein Gesicht nicht sieht. Und als es dann im Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte, wurde es zum Horror-Kid und er hat alles vernichtet. Yay! Ja gut, da werde ich euch die Maskenhändler-Geschichte erzählen. Ab hier spekuliert man eigentlich, dass der Maskenhändler, den wir bis jetzt immer treffen, tot ist und gar nicht mehr unter uns weilt. Ganz einfach aus dem Grund, dass er da auf dem Boden liegt, man sein Gesicht nicht sieht und man einfach davon ausgehen kann, dass er tot ist und auch sein Verhalten und so ist eher das Verhalten eines Toten, sage ich mal. Falls man das überhaupt so sagen kann. Oh Gott. Ich treffe das gar nichts. Ihr habt ja sein Gesicht und alles gesehen, das hat sich immer relativ schnell geändert. Oh Gott, ich wechsle ganz kurz zum Deku. Ich mache das ein bisschen einfacher. Sein Gesichtsausdruck hat sich geändert und man nimmt einfach an, dass er wahrscheinlich nur noch deswegen lebt, weil der jetzt seine Maske zurückkommen will. Ihr kennt das ja, wenn man tot ist, dass man noch seinen letzten Wunsch erfüllen möchte. So, wir gehen da gleich auch mal als Deku hoch. Ja, war klar, dass die mich angreifen. Das Gute ist, wir haben hier immer dieses Viech, das sich regeneriert und... Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich möchte alle hochklettern. Ich habe keinen Bock, die jetzt alle abzuschießen. So, jetzt habe ich sie. Das heißt, ich kann erst mal hoch. Ganz gemütlich. Oh, wir kriegen jetzt sogar, glaube ich, einen neuen Herzcontainer. Du hast ein Herzteil gefunden. Ne, ich habe noch keinen, was? Wie viel habe ich denn? So, tschö. Ich wollte gerade sagen, hier sind irgendwo doch noch Rubine. Die holen wir uns. So. Dekostäbe brauchen wir auch gleich, weil wir ja den ersten Tempel machen. Ein roter Rubin, die sind 20 nur wert. Ich brauche, glaube ich, 60. Ja, doch. 40. 40 brauche ich und dann noch, ja, 20. Sollten 60 sein. Wenn die Mathematik mich gerade nicht betrügt. So. Immer noch nichts. Das ist da nicht zu glauben. Ich will unbedingt die Karte haben, sonst ist das ein bisschen blöd. Äh, ich gucke mal kurz da hinten. Also, ich kenne das mehr oder weniger auswendig. Also, wenn ich das dann wieder sehe, kommt mir so ziemlich alles in Erinnerung. Aber, ich weiß nicht. Ich muss aber jetzt schauen. Wir sind nämlich jetzt in Sümpfen des Vergessens. Und wissen nicht mehr, wieso wir hier sind. Oder warum überhaupt irgendwas ist. Oder, was? Wie, nein, nein, so ist es nicht. Also, Sümpfe des Vergessens, äh, hat einfach einen richtig komischen Namen. Niemand weiß, wieso. Na, ich will nicht mit den Reden. Ich will nicht mit dem Reden. Komm schon. Oh. Wirklich. Ich glaube, wir haben die, äh, Statue bei der Romantia-Range gar nicht aktiviert. Fällt mir gerade mal auf. Du blöd. So, nur 30. Ach, Mist. Wir brauchen so viele noch. Machen wir das nochmal schnell mit dem hier. Sammeln ein paar Edelsteine. Sieben Stück. Ich wette, wenn ich hier zurückhole, kriege ich genau sechs Stück und einer fehlt mir. Das ist Standard. Kennt man nicht anders. Ach, Mist. Jetzt muss ich das nur schnell hinbekommen. Ich hoffe, ich fail jetzt nichts. Weil, ich verliere hier relativ viel Zeit gerade. Das wollen wir ja nicht immer. Jura's Mars meistens. Kautschau noch zwei. Ja, perfekt. Jetzt habe ich wenigstens die 40, die ich haben wollte. Die 20 kann ich mir gleich gönnen. Wir lernen heute außerdem auch Tingels Vater kennen. Fällt mir gerade mal auf. Mann. Wollte gerade sagen. Komm, Tingel. Tingel, Tanglewob. Äh, so. Ja, ich kenne dich schon. Du sagst immer das gleiche. Ich habe schon, glaube ich, dreimal oder so mit dir gesprochen. Picky Bernier brauchen wir. Beidee. Beidee. Genau. Demmerwald bräuchten wir jetzt eigentlich auch noch. Ähm. Ne. Das heißt, wir gehen erstmal, äh, in das Haus rein und holen uns was. Beziehungsweise, müssen was holen. So. Ne, die Edelsteine hier vergessen. Die brauchen wir, äh. Brauchen ja 20 Stück insgesamt noch. Da vorne ist ein Händler, zu dem wollen wir momentan noch nicht. Äh, das Herz da oben, äh, braucht uns auch erstmal gar nicht interessiert. Verflucht, wo ist der bloß? Dieser verwöhnte Bikeschwänz schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh. Äh, willkommen. Oh, zum Fotowettbewerb sind leider nur Menschen zugelassen. Tut mir leid. Diese Rassisten. Überall nur Menschen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ich habe kein Bild. Ich habe kein Bild. Huch. Nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpfinfo-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die um den Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probier es aus. Äh, derzeit geschlossen. Ja, das ist nicht so gut. Weil, äh, da normalerweise eine Hexe sein muss, mit dir besprechen. Hopp. Ach, irgendwas musste man hier nochmal pünktlich erledigen. Ach ja, genau. Genau, ich weiß was. Der Typ hat hier gerade davon gesprochen. Ähm, und zwar müssen wir das Foto am ersten Tag auch abgeben. Das ist relativ wichtig. Ähm, ja, da vorne sind wir schon. Können gleich mal vorbeigucken. Wir sollen ja in den Hexen-Shop. Ach komm, schau mal an. Gucken, ob jemand da ist. Na, ich möchte mit dir reden. Ah, hm, es gibt ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Noch ein Rassist. Tee, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Bist du etwa von der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech. Kume ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Hm, wenn ich erst mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich dort leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben. Ja, wir fragen die Affen. Oh, da waren Nimbus 3000. Hopp. Nice. So. Wir sind jetzt in den Wälder der Mysterien. Hm, du mir folgen. Das Dumme ist immer, die Affen laufen ein bisschen verrückt. Ja, uff. Ich glaube, ihr seht jetzt, was ich meine. Die laufen erst links, sondern rechts, sondern doch nicht. Nein. Ja, klar. Ich werde so ziemlich immer von den Viechern getroffen. Die sind so schlimm. Ich glaube, gerade schon wieder. Oh, diesmal nicht. Nice. Ich habe es geschafft. Ach, ab hier glaube ich noch zweimal links. Ne. Die sind schon da. Nice. Oh, aua. Hilf mir. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ihr seid ja so rassistisch. Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinter Rux 1 übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kit. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Oh, au. Wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Nein, gerade nicht, Omi. Oh, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Saufies. Grenze des Waldes der Mysterien. Hallo. So. Weil wenn man diesen Weg falsch läuft, kommt man wieder am Anfang raus und das wollen wir ja. Wir wollen ja zurück zur Hexe. Ist genauso wie Lost Woods in Ocarina of Time. So. Nur, dass wir hier halt nicht in Termin... Äh, in... Doch. Da war es meine Hylia oder so. Nein. Das hieß anders. Auf jeden Fall sind wir hier im Terminal. Hier gehört das nicht einfach anders. Tee, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Ja, das hast du schon gesagt. Äh, dein Arm sah verkrüppelt aus. Generell, du siehst verkrüppelt aus. Wie, was? Das Horror-Kit hat Kube wehgetan? Das ist doch lächerlich. Das Horror-Kit würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, sollst du ihr bitte diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Da-da-da-da. Und wir haben ein rotes Elixier. Rasch, bringe diesen Trank. So. Nochmal ein Jump runter. Oh. Diesmal keine Rolle zusätzlich gemacht. Das finde ich schade. Ähm, ich meine, das hier ist auch zufallsgeneriert. Jeden Tag ist ein anderer Wald. Ja, ich möchte nochmal folgen, Äffchen. Äh, ja. Jetzt ging's recht lang. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, zu fokussen, aber ich kann auch ohne. Hatte gerade Get Wrecked gesagt. Nein, ich darf das Elixier verlieren. Ich möchte nie diese Pflanzen aufheben und mache es trotzdem so oft. Bei einer Rolle. Aber wir haben sie gefunden. Oh. Mir ist, glaube ich... Ich weiß nicht. Das ist gerade so ein komisches Gefühl, als hätte ich den Trank einmal selber für mich eingesetzt, anstatt für die. Ja, bitteschön. Ah, die Farbe, der Duft. Das ist eindeutig Kotakis. Ja, nimm mir das einfach weg. Oh, sehr schön. Trink schön auch, damit du gesund wirst. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kuma ist wieder da. Yeah. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Das ist gut, dann müssen wir nicht zahlen. Ich hasse alles zu zahlen. Äh. Auch hier können wir mal nicht wieder zurück anfangen. Ich muss nochmal lesen. Ja. Wollte gerade sagen. Lass mich mal durch. Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpfst ein voller giftigem Wasser. Tempel über Wasser fallt komisch. Bruder gehen zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zum Tempel. Tempel nur für Deku. Wurde von Deku gefangen. Jetzt sein in Palast. Hilfe. Äh. Sprache gelernt von Yoda du hast? Vielleicht. Ich weiß nicht. Kann es sein. Ja, okay. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Ich hoffe nur immer, ich schaffe das pünktlich, weil ihr kennt mich mit der Zeit. Ich verballere ein bisschen Malwart. Sehr gerne sogar. So, ähm. Zurück können wir... Was war da nochmal? Ich weiß nicht. Lachen wir erstmal den Weg zurück. Huh. Wäre das kein Let's Play, hätte ich zuerst den falschen Weg genommen. Das mache ich bei allen Spielen. Erst den falschen Weg nehmen und dann den richtigen. Damit man alle Items vergessen. Wird man den richtigen laufen, läuft man nochmal zurück, um den falschen zu wählen. Ey. Kann schon. So. Wir speichern jetzt erstmal hier. Würde ich sagen. Und wir sehen uns an das nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Majoras Mask.